Der Vorgänger, der Achterbahn, kommt ursprünglich aus Russland. Da. Gestern war ich im Europapark. Oh ja, schon wieder. Und wir erinnern uns ja alle ans letzte Mal. Tja, aber diesmal habe ich selber mehr gefilmt und habe auch sonst sehr viel Videomaterial. Also viel Spaß mit den Videoaufnahmen inklusive Blue Fire. Das ist diese neue tolle Achterbahn, die es jetzt im Europapark gibt. Und da gibt es eben auch Videoaufnahmen von mir. Aber nun ja, ich war etwas unsicher, was ich genau machen soll, weil ich wusste, dass ich gefilmt werde. Und ja, deswegen habe ich versucht, viel zu lachen. Und yay und so, aber irgendwie stand ich dann etwas unter Druck. Aber nun ja, mein Freund zu meiner Linken, werdet ihr dann sehen, der war sehr, sehr natürlich. Also ja. Also viel Spaß mit den Videoaufnahmen vom Europapark 2009. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020